Hattest du Training vorher? Nee, wirklich nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute zu Gast im Audidom in München beim FC Bayern Basketball. Und ich habe Leon Radoschewitsch hier. Hallo Leon. Hallo, Servus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir spielen heute Horse, nach langer Zeit mal wieder endlich eine Runde Horse. Und Leon, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Du hast gesagt, du hast noch nie Horse gespielt, oder? Nein, leider nicht. Kennst du denn die Regeln? Bisschen, bisschen, aber du kannst mir wieder das... Ganz easy. Einer macht was vor. Trickshot, Dreier, was auch immer. Du kannst es dir aussuchen. Wenn du triffst, muss ich es nachmachen. Wenn ich dann nicht treffe, bekomme ich einen Buchstaben zur Strafe. Erst ein H, dann das O, dann das R, dann das S, dann das E. Wer zuerst das Horse voll hat, hat verloren. Hat verloren, okay. Okay, ich würde sagen, deine Halle, du fängst an. Okay, prima. Los geht's. Schießen wir einen Dreier, warm-up. Ein warm-up Dreier, okay. Aus der Corner? Nein, aber komplett draußen. Okay. Um diese Seite. Probieren wir das mal. Und? Nein. Okay. Mir ist das noch ein bisschen zu weit für den Anfang. Ich würde sagen, ich nehme einen normalen Dreier aus der Corner. Normal, okay, okay. Ja, zum Warmwerden. Hattest du Training vorher? Nee, wirklich nicht. Au, da ist das Haar. Wir probieren einen kleinen Trickshot. Okay. Hinterm Rücken gegen das Brett rein. Versuchen wir von dem Startblock. Oh, okay. Hoffentlich fällt er nicht runter. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich versuch mal den hier. Klassiker. Übers Brett. Du kannst was Eigenes, ne? Ah, okay. Versuch mal. Versuch mal. Der ist schwierig. Ja, komm. Gehen wir auch mal. Aber nicht ganz in die Corner. Uh. Ich habe mein Spieler, Brat. Wo fällt er heute? In and out. H-O, Leon. H-O. 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 Wir gehen wieder hier hin. Dribbling ist die Beine. Hinterm Rücken ein Dreier. Okay. So. Oba-la. Oba-la. Jetzt klaust du mir den Move und machst ihn rein. Jetzt muss ich ihn treffen, sonst habe ich ein Haar. Okay. Ah, okay, okay. Ja, ja, ja. Wenn du triffst, muss ich es nachher machen. Ah! Okay. Hast du ein Haar? Ich habe das Haar. Du hast HO. Der ist schwierig. Der ist schwierig. Aber für mich ist alles schwierig momentan, ich glaube. Wir knien uns mal hin. Und werfen Freiburg. Ah, kurz. Versuch mal ein Dreier mit Zentertechnik. Oh, oh. Hookshot oder was? Hookshot, ja. Hookshot. Ich versuch mal ein Dreier so unterhand. Ah! Willst du auch probieren? Ja, ja, ja. Und? Und. Hoppala. Hoppala. Leon, du klaust mir hier die Move und dann machst du die Dinger rein. Ja! Oh! Gerettet. Aber du bist jetzt trotzdem wieder dran. Genau, den Dreier von hier. Okay. Dreier mit Brett. Ah, ja. Ja. Wenn ich das nicht schaffe, kriegst du das R. Oh! Klatsch! Du hast nur ein H, oder? Ich habe ein H und du hast ein O. Von dem S. Und da. Da ist das R. Und? Ja. Okay, jetzt muss ich ein Treffen. Ei! Erwolf! H-O. H-O-R. Gleichstand, Leon. H-O-R, H-O-R. Von hinten. Comeback. Oh, shit. Wir machen so. Dribble, Stepback und dann von hier. Oh! Oh, shit. Der ist kurz. H-O-R. 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 Tu oder Dei, Leon? H-O-R. Let's go! Let's go! H-O-R. Schade. Was hast du dein Profi hier gebracht? Leon, hat Spaß gemacht. Ja, das war echt ein gutes Spiel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein Problem. Hat großen Spaß gemacht. Weiterhin eine erfolgreiche Saison. Hoffentlich kommst du bald wieder zurück. Ich werde auf jeden Fall zuschauen. Ich werde auch nochmal im Audi-Dom vorbeischauen. Perfekt, perfekt. Ich freue mich, wenn du hier wieder bist. Ich freue mich umso mehr. Alles Gute. Bleibt wieder gesund und bis zum nächsten Mal.